Musik Hey da! Seid ihr der Schlossherr? Der bin ich! Was ist euer Begehr? Mein Begehr? Gebt mir ein frisches Pferd zur Frau und reicht mir eure Hose. Färbt mir am Wams die Schnallen blau und dann erklärt mir Wose. Wose? Wose sich aufhält, die feuerschweinende Prinzessin, die den jungfräulichen Drachen gefangen hält. Wie komme ich denn dazu? Wer seid ihr überhaupt? Ich? Ja, seht ihr das denn nicht? Ich bin ein irrender Ritter. Für mich seht ihr aber mehr aus wie ein reitender Irrer. Ha, 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 ha. Wehm ihr! Ich bin durchschaut! Hö, ha, 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 ha! Wir von der Deutschen Einhändlerhilfe wissen das und haben es uns zur Aufgabe gemacht, hier zu helfen und akute Not zu lindern. Aber dafür brauchen wir Ihre Unterstützung. Darum bitte ich Sie als Präsident der Deutschen Einhändlerhilfe, spenden Sie. Denn Sie wissen ja, mit 5 Mark sind Sie dabei. Liebe Zuschauer, ein japanischer Moderator hätte bestimmt nach einem solchen Beitrag Harakiri gemacht. Und ich kann Ihnen versichern, dass ich es an meiner Stelle auch getan hätte. Aber was würde Ihnen das schon nützen, nicht? Gar nichts. Durch diese Erde geht ein Sprung, er geht durch alt, er geht durch jung. Der Sprung sind wir. Was einst im Buch der Bücher stand, vergessen ist und unbekannt. Und was macht ihr? Und was macht ihr? Macht euch doch viel. Und was macht ihr? Seid euch doch gut. Seid euch doch gut. Macht doch nicht bumm, badi, bumm, badi, bumm, bumm, bumm. Bringt euch nicht, bringt euch nicht um, um, um. Macht lieber, pippa, die, pie, pie, pie. Macht euch doch viel. Begreif doch, es gibt arm und reich, die Menschen sind nun mal nicht alle gleich. Das ist halt Pech. Das ist halt Pech. Das ist halt Pech. Das ist halt Pech. Mir geht es gut und wenn das Geld des armen noch an dir gefällt. Pech. Doch nicht mit bumm, badi, bumm, Bum, 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 bum. Bring ewig, bring ewig um, bum, bum. Sondern mit wie Badi, pie, pie, pie. Habt euch doch lieb. Habt euch doch lieb. Habt euch doch lieb. This was it. Hope to see you when it's again the hour for Dr. Muffles' TV-Shower. This was it. Listen up. A. 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 Untertitelung des ZDF, 2020